Einen wunderschönen guten Tag, hier ist wieder eure Elli und... Achmed. Jawohl, Achmed tut aufnehmen und ein bisschen übersetzen. Lepidobardan, auf deopet Vascha Elli, i Achmed und tschessnimmati. Isacemovampukhasati, Stasmusvedonnali iz Ägypta. Auf Deutsch, jetzt zeigen wir euch alles, was wir aus Ägypten gebracht haben. Leider, die Zeit ist viel zu schnell vergangen. Da wo es am schönsten war, mussten wir weggehen. Ok, mit was fangen wir an? Mit der Shisha, was schon kaputt gegangen ist. Die haben wir im Hotel gekauft. Wie viel hat es sie gekostet? 30 Euro. 30 Euro mit allem drum und dran? Ja, mit Tabak und alles. Wir wollten eine andere Farbe, aber hat es nachher nicht gegeben. Ja, und dann haben Achmed und ich geraucht. Und mein guter Achmed irgendwie dagegen gestoßen und jetzt ist sie kaputt. Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, das ist nicht so die beste Qualität. Ja, nächstes Mal kaufen wir eine andere. Na ja, schade. Also, das hat mir auch sehr gut gefallen. Tutankhamon. Ich weiß schon, wo wir aufhängen werden. Da in der Mitte vom Zimmer. Ja, das habe ich nicht geschafft. Das hat 25 Euro gekostet. Hm, nur 20 Euro. Weil wegen dem Gold. Aber schaut cool aus. Aber schaut cool aus. Gell? Ja, ich liebe die Hände. Ja. Dann haben wir drei Bierkrüger gekauft. Eins schenke ich meinem Bruder Daniel. Er hat heute Geburtstag. Daniel, wenn du dir dieses Video anschaust. Wir werden es heute runterladen. Alles Gute zu deinem Geburtstag. Hier ist dein Geburtstagsgeschenk. Gell? Schaut doch cool aus. Mhm. Und deine Schwester behält sich diese zwei. Außer du willst das haben. Und nicht das. Auch kein Problem. Ja, dann habe ich mir wieder eine schöne Nufertete gekauft. Dann habe ich Sphinx. Die gebe ich einem Arbeitskollegen von mir. Weil er ist ein großer Ägypten-Fan. Diese schöne Schlange. Das hat auch für meinen anderen Bruder Elvis ausgesucht. Cool, hm? Schön. Und das ist auch wieder ein Sphinx für meine Tante. Und dann diese schöne Mitzekatze. Habe ich mir auch ausgesucht. Und dann habe ich noch zwei andere wunderschöne Zitzemize auch gesehen. Aber eine davon hat 80 Euro gekostet aus Zink. Und die andere fast 200, oder? Die wirst du mir nächsten Urlaub kaufen. Ja, ja, ja. Und dann bin ich auf die Kroatiische Mitzekatze. Und dann habe ich mir auch zwei andere Mitzekatze. Die sind sehr schwer. Die sind sehr schwer. Eine kostete 80 Euro. Die andere kostete über 200 Euro. Und die sind sehr schwer. Die sind sehr schwer. Die sind sehr schwer. Die sind sehr schwer. Und sehr teuer. Ja, und sehr teuer. Aber nächstes Mal. Ja, kaufen wir. Und dann werden wir nicht so viele andere Sachen kaufen. Ja. Ja. Ja, und dann am Schluss habe ich immer in jedem Laden, wo ich war, habe ich gesagt, was kriege ich umsonst? Dann habe ich meine Mann immer in Persien gemacht. Ja, das war so. Ja, ich war so ein Ziger. Ich habe so ein Ziger. Aber ich habe so ein Ziger. Und habe so ein Ziger. Ich habe so ein Ziger. Also ich war so ein Ziger. Aber etwas muss ja ein Geschenk sein. Dann bekommen wir in einem Laden diese Geschenk. Diese kleinen Käfer. Ja. Ja, natürlich. Aber es ist nicht ein Ziger. Aber es ist ein Ziger. Aber es ist ein Ziger. Und jetzt. Das ist jetzt die teuerste Süßigkeit. Wir haben schon mehrere Videos überall auf Facebook und auf YouTube und Instagram. Haben wir gepostet. Da waren wir immer. Das ist eine unserer Lieblingskonditorei. Und Kaffee. Und Kaffee. Und Kaffee hat super gut geschmeckt. Da haben wir schön Kunafe gegessen. Was noch? Nur Kunafe. Ja. Und hier steht der Name von dieser Kaffee. Dann kommt Kaffee. Das ist ein Kaffee für Sorsiv. Das ist ein Kaffee über die Sorge. Die Kaffee, der Charitose È scaryte mit der Lauf-Gerdale. im Bern inquisituten. Das ist es sehr relativ Perfreich. Das ist okay. Also dafür handelösüchtig. Das ist ein besonders Mic halt. Und hier kann man sich best instrumenten auch mit universehen. Aber das haben wir schon produto. Das ist natürlich nicht so schön, weil wir bagus für sie. Ahm, namm, namm, namm. Die größten Ziele sind nicht in der Zeit. Ich habe mir die Schmerzen auf den Kommentaren. Die 2 kg war im Jahr, ich habe mir die Schmerzen auf den Kommentaren. Das schaut zu Paus. Und wie viel hat das jetzt gekostet? Ahmed hat Schock bekommen. Ich habe gesagt, Leute, denke und schreibe die Kommentare. Wie viel, dann werden wir später sagen. Ah, okay. Ahmed hat gesagt, ich soll es euch jetzt nicht sagen. was denkt ihr wie viel wir also es war nicht günstig wir waren schon geschockt sagt es ist zwei kilo genau zwei kilo süßigkeiten übersetze es noch mal auf kroatisch sada nećemo kazati kolko je to koštalo šta mislite kolko smo za ovu platini nije bilo jeftino mi smo se poplašili dok je rekao cieno al smo kupili napišite u komentaru šta mislite kolko je koštalo doha mal auf deutsch was denkt ihr wie viel es gekostet hat schreibt es in die kommentare muss raten genau ratet mal da bin ich mal gespannt wer es erratet es war nicht günstig ok weiter ich wollte immer eine lampe haben wir müssen nur noch diese lampe drinnen kaufen wir wollten gestern aber wir haben die größe nicht gewusst naja wir haben überall gesucht hier da da gibt es ja überall mein armer ahmet mein armer mann ja mal wieder ich habe seine nerven strapaziert aber egal er war immer super gut also und dann wie heißt sie dia diese faraun amun shotub amun hotub amun hotub amun hotub amun hotub am磨 ich habe ihn gesehen, Achmed hat gesagt, ich hässlich, also der hat ihm überhaupt nicht gefallen, aber mir hat es gefallen, mir hat es auf ersten Blick gefallen, Achmed nicht ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesagt, wow, super, ich möchte ihn kaufen, Achmed hat gesagt, ich habe ihn nicht gefallen, ach, du hast ihn nicht gefallen, du hast ihn nicht gefallen, genau, also, amunhotob, wie viel ist das Zeit, weißt du noch? 30 Euro, vielleicht 30 Euro, das ist nicht so cheap, ja, der ist ganz schön schwer, ich tue ihn mal jetzt hier hin, das ist nicht, wenn ich die Schieche drühe, du kannst ihn lieber auf den Boden machen, bevor sie wieder kaputt geht, ja, das ist deine Schuld, nicht meine, egal, nächstes Mal kaufe ich aber eine andere, ja, das ist vom Vyrex, das ist nicht so stark, dann war er mal in einem anderen Laden, ich liebe ja Anubis, und was ist passiert auf der Rückreise hier, aber ich habe vor, du weißt, hier ist, musst du nachher kleben, echt schade, ja, der war auch nicht billig, weil der ist ganz schön teuer, massives Stein, hier oben, ja, dann, was war dann, ja, dann ist eine Mama mit ihrem Kind, voll Burka, hatte keine Geld, hat aber so viele Sachen verkauft, dann habe ich, wir haben ihr natürlich viel mehr Geld gegeben, als das überhaupt wert ist, die sind da, wie es schon immer sehr tueinander, Flexion, die sind die Egypte, Fahnen, die sind die Fatima, ja, und das ist auch für Süß, für Auto, ja, genau für Auto, da finden wir schon irgendeinen Plätzchen, ja, dann, die kleinen Käfer, haben wir auch gut gefallen, das war nicht teuer, vielleicht 1,- oder so, 2,-, ja, Das habe ich geschenkt bekommen, auch irgendwo am Laden habe ich gesagt, so was bekomme ich geschenkt, dann habe ich diese zwei bekommen, ja werde ich aber nicht tragen, ich behalte es halt. Memories. Memories, genau. Dann habe ich Geschenke für jemanden gekauft, Spiegel, aussieht. Und hier auch noch eine Spiegel. Dann haben wir, das hat ihm auch gut gefallen, so Untersetzer. Da gibt es eine Tasche. Dann meine Zigaretten Schachtel, ich muss ja aufhören, ich will ja immer aufhören, ich werde auch aufhören, nur wann keine Ahnung. Für Zigaretten, vorne Sohn und hinten Sohn und mit Feuerzeug und drinnen passen 20 Zigaretten. Ja, ich habe gesagt. Dann hat mir dieses Kreuz auch sehr gut gefallen, also das ist ja kein Kreuz, das ist Schlüssel für Leben. Ja, aber wir müssen jetzt nur noch hier kaufen, wo wir es aufhängen können. Super, alle aufhören. Und ich weiß auch noch nicht, wo wir es aufhängen, müssen wir suchen. Dann, zwei Handybühlen haben wir gekauft, auch als Geschenk für jemanden. Die kosten hier viel teurer als in Ägypten, haben wir auch gesagt, kauf mal hier. Ja, aber in Ägypten ist es nicht. Neun Euro beide. Da, neun Euro beide und hier wäre eins über 15 Euro. Dann habe ich auch so ägyptische Kayal, haben wir auch lange gesucht, deshalb habe ich auch Geschenk für jemanden. Das ist für meine Arbeitskollegin ein Geschenk für meine Arbeitskollegin. Das zeige ich euch. Das geht ein bisschen schwer auf. Innen drinnen ist der Pulver und dann macht man sich einen schönen Kayal hin. Aber da gibt es die Orijinale. Ja. Das ist die Orijinale. Das ist die Orijinale und Ägypten. Danke. Und das Mousalie, dann haben wir diese Last Queen. Was steht hier? Das ist für den Rücken, so. Schmerz. Okay. Mein Rücken schmerzt. Du wirst mich nach dem Video massieren. Yes. Okay. Und ich werde dich massieren. Dann machen wir eine gegenseitige Massage. Ein bisschen aufmachen. Creme. Das ist die Creme. Er hat dir das nicht richtig gemacht. Der Sauhund. Riecht gut. Man sieht. Dann haben wir auch da, wo wir die Tees gekauft haben. Aber guck mal. Ich habe jetzt vorher aufgemacht. Das müsste doch wie Creme sein. Das ist jetzt wie Kristall. Ja, das ist so. Ist so. Wie Salz. Wie Salz. Das ist wie man Kochschmerzen hat. Das ist wie Krastell. Wie Salz. Wie Salz. Wie Salz. Das ist wie Salz. Wie Salz. Wo sind wir hier Krastells? Das ist ja auch. Was ich machen? Das ist ja. Ich habe die Karte. Ich habe die Karte. Ich glaube, ich werde es nicht probieren. Es ist gut für uns, doch. Und ich habe Kopfschmerzen und ich werde es probieren. So, was jetzt? Warte. Dann. Viele verschiedene Tests. Was ist das für ein Tee? Guava? Guava? Ja, ich bin reingekommen und habe gesagt, gib mir alle diese Tests in diese Reihe. Und der Fokäufer hat sich natürlich gefreut. Auch mit einem kleinen Herzinfacht bekommen. Wo er nachher die Rechnung gekommen ist. Aber egal, man ist nur einmal in Ägypten. Das sind, was ist das? Flimun. Chai Belamun. Wow, das riecht ja. Wow. Lemon Chai Tee. Das ist Hibiskus Tee. Und bei Hibiskus Tee ist es besonders, wenn man es kalt trinkt, dann geht Blutzucker nach unten. Mhm. Und wenn du es heiß trinkst, dann geht dein Hochdruck nach oben. Mhm. Ja, ist gut. Danke, Herr Kadi. Dann machen wir mal an. Dann, diese Tee, was steht drauf? Das. Für Herz. Für Herz. Ja, mein Herz tut auf. Mir tut alles gut. Also ich werde alle trinken. Das ist Ananas. Ananas. Aber das ist am besten. Die Zitronen sind echt... Boah. Oh, lecker. Und dann, was haben wir hier? Ohne Brille sehe ich ja gar nichts mit meiner Sauglaue. Was habe ich hier hingeschrieben? Schau mal. Ich erkenne meine Schrift nicht. Was habe ich geschrieben? Orange. Orange. Oh mein Gott. Schau mit Burtuon. Ja, naja. Ich habe das ganz schnell im Laden. Ah, und das ist Mangothee. Schau mit Burtuon. Oh, Mangothee riecht auch super gut. Lecker schmecker. Und dann am Schluss habe ich wieder gesagt, ja, weil mir so viel, das hat 30 Euro gekostet. Ganz schön teuer. Für Ägypten ist das ganz schön teuer. Dann hat er mir diese Cardanon. Ich habe das ganz schön gefeiert. Ja, ich habe das ganz schön gefeiert. Ich habe das ganz schön gefeiert. Ich habe das ganz schön gefeiert. Die Cardanon habe ich noch nicht gefeiert. Die Chai kostet nur 30 Euro. Das kostet nur 30 Euro. Das kostet mehr für Ägypten. Und dann hat er alles gekostet. Okay, was noch? Dann haben wir die Hände hier? Haben wir die Hände? Ja. Wir haben die Hände hier. Wir haben die Hände hier. Für die Küche? Ja, wir haben die Hände hier. Wir haben die Hände hier. Und dann haben wir die Hände hier. Wir haben die Hände hier. Wir haben die Hände hier. Wir haben die Hände hier. Das ist eine Hände hier. Das war jetzt nicht so teuer. Ja, das ist auch so. Und dann habe ich noch so zwei. Ich habe schon mal eins gekauft. Jetzt habe ich noch zwei. Eine für mich und eine für Ahmed. Ich habe die Hände hier. 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 Schau. Cool, oder? Ja. Aber hier in Deutschland ist jetzt, wir sind angekommen. Schon ist Winter hier. Ja, nur gerne. Wir dachten, wir werden hier auch noch ein bisschen baden können. Ich weiß nicht, wie schön wir gebräunt sind. Aber können wir jetzt hier vergessen. Nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr. Und dann habe ich mir noch diese Sonnenbrille gekauft. Imitation Chanel. Das war nicht original. Ja, als eine kleine Abwitzung. Nicht schlecht. Also normal mag ich ja keine Imitationen. von Taschen. Ich habe alles original Taschen. Aber ich dachte, meine Güte. Wie viel haben wir bezahlt? 14, 15? So, ja. Als Abwitzung. Das war's. Koffee. Ah ja, genau. Wir haben aber fünf. Einer ist noch in der Küche. Das sind unsere Lieblingskafe. Das ist mit Cardano. Das ist die einzige Sache, die ich wähle. Aha, genau. Das ist, was Ahmed ausgesucht hat. Und deine Haargels. Aber hat er jetzt, haben wir vergessen, hier hinzutun. Und ich habe das nicht gemerkt. Ich habe das nicht gemerkt. Ja. Ja. Ich habe das nicht gemerkt. 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 Wenn ich kauf und gehe, dann gehe ich mit dem Maus. Aber du bist selber schuld. Aber ich will nicht. Sie sagen, du wählst. Ja. Also. Mit Cardano. Und dann, was ist das? Der ist ohne. Kein Test. Kein Test. Ja, ohne. Auch? Und wo ist der Schokolade? Hier. Und Nuss, Nuts hat es nicht gegeben. Wir haben ihn nicht gefunden. Ah, okay. Und noch einen haben wir, wie gesagt, in der Küche. Hier haben wir die Feuerzeuge gezeigt. Ja. Schwaite Wallahed Bordohaira. Genau. Genau. Diese vier Feuerzeuge. Wie geht es? Das ist auch für Arbeitskollege. Einen für Arbeitskollege und die anderen behalte ich. Schwaite Wallahed Bordohaira. Ja, so. Egypt-Style. Cool, hm? Jetzt haben wir alles gezeigt. Außer deine Gels haben wir nicht gezeigt. Die sind im Wald. Mhm. Die zwei haben auch gezeigt, gell? Die sind zwei Magnetik. Ja. So, das war's. Also. Was hat euch jetzt am besten gefallen? Was würdet ihr auch kaufen? Was ich gekauft habe? Ich übersetze mal auf Kroatisch. Stauwamse Sadanaykulje Svidjalo. Stabiii Viku. Peli. Da wie satt. Odaudie Isabralim. Äh. Und vergesst's nicht. In den Kommentaren zu schreiben. Wie viel haben wir für die Physigkeiten gezahlt? Das war's. Das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, macht ein Likechen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, genau. Wer uns noch nicht abonniert hat, macht das bitteschön. Ja, sehr schön. Auf Kroatisch noch. Ich hab's nicht auf den Video gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat. Dann kann euch das Video gefallen. Eben. Schau mal ein paar Zieb. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Washa Eli. Bye bye!